In jedem Fall sollten wir uns daran erinnern, dass der MeToo-Movement vieles ins Rollen gebracht hat, dass Machtstrukturen sich ihres Missbrauchs bewusst werden und ich bin für Gleichberechtigung aller Menschen. Und deshalb ist dieser Weltfrauentag ein Tag, an dem wir uns besonders daran erinnern sollten, was wir wären ohne unsere Mütter. Vielen Dank.